Ich wünsche allen Fans vom FC Stetsung ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank für die Vorrunde, dass ihr uns alle unterstützt habt und wir sehen uns im neuen Jahr und auch einen guten Rutsch wünsche ich euch. Im Namen des Kissinger SC wünsche ich alle Fans des Kissinger SC sowie alle Gönner, Sponsoren und alle Zuschauer von Schwabensocker frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Nachdem sich das Jahr 2013 dem Ende neigt, wünsche ich für 2014 allen Fußballfans, allen Freunden, vor allem meinen TSV-Mitgliedern, allen Fußballkumpels, natürlich den Schwabensocker Freunden und Anhängern einen guten Rutsch ins neue Jahr, weiterhin verletzungsfreie Saison und ein gutes 2014. Hallo, ich bin die Kathi aus Kissing und ich bin die Nina aus Kissing. Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr an alle Schwabensockerfans. Ich Thomas Steiner von der Spielvereinigung Unterhain wünsche allen Schwabensockerfans und Leuten aus dem Gegner von Augsburg fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche also allen Fußballbegeisterten, Anhängern, Betreuer und Fans, wo immer dabei sind, euch auch ein gutes Fest, ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und alle unsere Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Das wäre schön. Also, ich wünsche allen Fans vom TSV-Fritberg, allen Schwabensockerfans und allen Fußballern schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Hallo, ich bin Louis und ich wünsche euch allen Kissing einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Hi, ich bin der Alex und ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin der Janis und ich wünsche allen Leuten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin der Tizia und ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin der Niklas und wünsche jedem auf der Welt einen guten Rutsch. Untertitelung im Auftrag von funk, 2017